Boah, irgendwie widerlichen Pilze. Einzig, was hier im Tunnel wächst, so ein Schweinewachschen anscheinend auch. Ne, kann ich nicht. Filter, Wohltreffer. Wie Sie wollen. Wie Sie wollen. Aber stehen kann ich hier nicht. Okay, folgen Sie, Bird. Wappen? Oh. Wo zum Teufel ist der Typ? Du kannst nicht mehr mehr gucken. Du bist blind von dem Fussel, den wir hier trinken. Holy shit. Wo zum Teufel geht hier ab? Apparaturen. Wo zum Teufel ist jetzt Bourbon hingelatscht? Was ist denn hier? Wow. Der Typ hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Du hast hier nichts verloren. Ah, da steht er. Also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Ich glaube nicht, dass wir so einfach rauskommen werden. Auf gar keinen Fall. Jeder kennt sich sau. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Schöke ich mir in die Fresse und dann rennen wir. Es ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Komm, geh ans M.G. oder so. Eine Seite reicht ja wohl. Wunderschön. Gehen wir jetzt an die Oberfläche. Viel Blick, Leute. Scheint so. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt. Grunste Bourbon. Willkommen zu Hause. Boah, besser schnell anlegen. Wow. Hier ist alles tot. Einfach nur alles. Ja. Beschwert sich nicht, sagt kein Tod. Perfekt. Alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten. Steif gefroren. Wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig. Vielleicht findest du ein Lager. Hm, Lager. Also das sieht mir aus wie ein Lager. Aber hier ist nichts drin. Klar, weil die meisten ja eh hier verrecken. Ah, Filter. Glase. Nichts zu trinken. Beschiss. Und nicht wirklich was zu essen. Nö. Nö, 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 nö. Oh, shit. Boah. Das habe ich auch im letzten Augenblick gesehen. Das hätte mich ordentlich gekillt. Okay. Ich bin zufrieden. Gehen wir weg. Das war knapp. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Sehr schön. Endlich was Vernünftiges. Und dieses Ding ist soo impräzise. Das geht gar nicht. Komm, hier der Mondviecher. Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Hm. Das ist ein passender Ausdruck. Verfluchte Mistkerle. Okay. Sag mal vor. Ich hoffe, es kommen nicht hier allzu viele verfluchte Mistkerle. Okay. Wow. Ich schaff's natürlich wieder nicht. Oh fuck. Strahlung ohne Ende. Komm schon. Der will hier nicht mehr hoch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Jetzt hier drauf. Anlauf nehmen. Springen. Oh, der ist ja gar nicht lang. Okay. Verarschen. Verarschen. Ich komme sonst nirgendwo auch. Okay. Geh weiter. Geh weiter. Nope. Der will mich hier nicht hochlassen. Was zum Henker? Vielleicht ist da unten irgendwas. Aber ich nehme Schaden, wenn ich da unten bleibe. Ich gehe außen rum. Puh. Falls ich da lang kann. Was ich bezweifle. Wollte der mich nicht irgendwie auffangen oder so? Hey, was haben wir hier? Aha. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Oh, shit. Das fliege ich natürlich weg. Ja, Munition. Wow. Boah. Erschrocken in die Fresse geschossen und tot. Oh, shit. Der Ort gefällt mir hier. Schön düster. Retten. Essen. Saufen. Kotzen. Kacken. All die schönen Dinger. Nichts will mich hier irgendwie anfallen. Nichts, dass hier immer so eine Ecke creept oder so. Gar nichts. Okay. Jetzt bin ich hier. Böses Viech. Hallo. Die stecken viel zu viel weg. Geht mal die Politeraten. Oh mein Gott, ist doch gut. Boah, stecken die viel weg? Gibt's ja gar nicht. Ah. Shotgun, Shotgun. Boah, muss hier nachgeladen werden. Hier komm ich nicht hoch. Das ist doch wahr. Schicken wir ein. Alter, schicken die hier viel ein. Was für ein Katz-O-Maus-Spiel. Puh. Sollte es ja es gewesen sein. Meine Fresse, gibt's wirklich so viel zu entdecken. coole Sache. Das hoffe ich doch mal. Wow. Das ist aber ein ziemlich falscher Ort für uns, oder? Wahrscheinlich nichts Gutes. Wie, das ist doch ein Kackviech. Boah. Der schießt aber auch mit einer Verzögerung. Ich denke, ich bleibe erstmal bei der Shotgun. Das ist aber das Beste, was mir passieren kann bei den Viechern. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich seh da draußen schon Party. Ja, das sind ein paar. Hey, du. Toll, ich muss ihm richtig, richtig nahe kommen. Dann müsste es klappen. Shit, 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 shit. Typ steht da immer noch. Boah, wie viele. Au, 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 au. Okay, wieder ein weniger. Die stecken was weg. Die stecken so viel weg. Komm schon, der war genau in deinen hässlichen Rücken. Kacke, 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 kacke. Das gibt's einfach nicht. Shit, meine schöne Maske. Wenn ich die verliere, habe ich ein Problem. Noch so ein Viech. Okay. Boah, meine Maske hat ganz schön gelitten. Ich seh auch kaum noch was. Aber damit müssen wir irgendwie klarkommen. Können wir irgendwie rüber? Glaub ja. Nein, 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 nein. Kein Bock mehr auf euch Viecher. Hier könnten wir irgendwie hoch. Und neuer Filter. Hier könnten wir auch irgendwie weiter. Was für ein Ort. Gehen wir mal wieder in die Brühe. Oh, hier kriege ich nur Schaden. Und zwar eine Menge davon. Wenigstens waren wir da in dem Haus. So geht's hier gar nicht mehr weiter. Da können wir weiter hoch. Oh, shit. Guck mal, du Mistkerl. Wow. Wow. Auch mir Schaden, wenn das Viech wegfliegt. Absoluter Wahnsinn. Oh, dich hole ich vom Himmel. Na komm. Na komm ruhig. Wow. Ich kann mich ja nicht mal wehren. Fuck. Dann jagen wir das Viech.